Ich glaube, dass auch gerade viele Leute, die so zu so rechten Argumenten im Moment oder rechtspopulistischen Argumenten neigen, auch einfach ein bisschen ernst genommen werden wollen. Also das, was sie am meisten aufregt, wenn man die Interviews sich anguckt, ist der Nazi-Vorwurf. Weil der Nazi-Vorwurf, unabhängig davon, ob er bei dem Argument, um das es gerade geht, richtig ist oder falsch ist, immer dazu führt, dass man jemanden ausgrenzt. Man sagt immer, du bist Nazi, das heißt, mit dir muss ich eigentlich gar nicht reden. Du bist einfach nicht Satisfaktionsbeziehung, du gehörst einfach nicht zur normalen Welt. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind wieder an der TU. Wo genau? Im neunten Stock am Ernst-Reuter-Platz. Wer bist du? Ich bin Ufer Jensen. Ich arbeite hier am Zentrum für Antisemitismusforschung. Warum? Weil ich den Job bekommen habe. Nein. Ja, weil ich bin hier Prof für Antisemitismusforschung. Warum bist du das geworden? Warum ich das geworden bin? Oh, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich bin Historiker und habe Geschichte studiert und Politik und habe mich eigentlich schon früh mit Nationalsozialismus, mit Antisemitismus, mit jüdischer Geschichte auseinandergesetzt. Und dann wurde das so ein Forschungsschwerpunkt von mir und mit der Zeit war ich dann qualifiziert dafür. Wolltest du nach der Schule das machen, was du jetzt machst? Ehrlich gesagt hätte ich mir das nicht vorstellen können nach der Schule. Ich bin, ich komme aus einem nicht akademischen Haushalt. Ich bin eigentlich wahrscheinlich sogar der Erste, der in meiner Familie je studiert hat. Meine Familie besteht so aus Landwirten, Handwerkern und so. Und als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch erst auf Lehramt studiert, weil ich dachte, naja, muss man ein bisschen was Sicheres machen, also nichts Zuwildes, wenn es schon eine Geisteswissenschaft ist. Und dann erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das könnte. Aber vor dem Hintergrund, wo ich eben herkomme, ist das ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, überhaupt eine Doktorarbeit zu schreiben oder eine Professur zu begehen. Das war gar nicht in meinem Horizont. Und deswegen war das eine längere Zeit der Gewöhnung an den Gedanken, dass das vielleicht ginge. Und dann hat es nochmal 10, 15 Jahre gedauert, bis ich qualifiziert genug war, sozusagen. Aber also der Job ist ein Traum, klar. Es ist ein sehr schöner Job. Man kann, man hat natürlich viel Stress als Professor, aber man kann vielen Interessen, die man hat, nachgehen und sich für, man kann es auch wieder ändern. Man kann neue Sachen machen. Natürlich immer in bestimmten Feldern, mit denen man sich eben beschäftigt, aber man kann wirklich den eigenen Interessen nachgehen. Das ist sehr schön. Hast du hier studiert? Ich habe hier sogar studiert. Ja, ich bin ein TU-Gewächs. Also ich habe vorher noch an anderen Orten studiert, auch in Israel eine Zeit lang. Und bin dann, als ich nach Berlin gekommen bin, hier an die TU gekommen. Und habe unter anderem auch hier im ZFA Seminare besucht und hatte hier meinen ersten Job als studentische Hilfskraft. Das ist also wirklich eine Rückkehr quasi ins Haus. Ja, und dann habe ich hier abgeschlossen und habe dann auch hier promoviert. Und bin dann aber ins Ausland gegangen und hatte verschiedene Stellen. Und es war eigentlich gar nicht abzusehen, dass das hier klappen könnte. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Aber dann ging es eben. Worum handelte deine Doktorarbeit? Meine Doktorarbeit beschäftigte sich mit der Geschichte von Juden und Protestanten im 19. Jahrhundert. Und da ging es so ein bisschen darum, wie Juden und Protestanten sich so gegenseitig gesehen haben. Und auch das Entstehen des modernen Antisemitismus, also moderner Judenfeindschaft, aus diesen Beziehungen dieser beiden Gruppen, die sich sozial in der Zeit sehr nahe gekommen sind. Weil Juden häufig an den Universitäten studiert haben und die Qualifikation hatten, die Bildung hatten. In dieser Kulturelite unter den Protestanten zum Beispiel mitzuwirken. Und dadurch entstand mehr Kontakt, aber auch mehr Reibung zwischen den beiden Gruppen. Und das war so die Dissertation, die Promotion. Vor einigen Folgen haben wir ja schon mit Wolfgang Benz, glaube ich, in der Etage tiefer gesessen und über Antisemitismus und die Geschichte und so weiter geredet. Hast du da irgendwelche anderen Haltungen oder gibt es da im Großen und Ganzen ähnliche Einschätzungen, Sichtweisen der Historie? Also es gibt eine große Debatte hier im Haus, wo Wolfgang Benz, glaube ich, auch eine sehr dezidierte Position hat, die ich vielleicht nicht ganz so teile. Es gibt die Debatte darüber, wie sich verschiedene Rassismen und Antisemitismus zueinander verhalten. Also kann man die Vorurteile gegen Muslime zum Beispiel vergleichen, eins zu eins vergleichen mit Antisemitismus. Er würde da sehr weit gehen, ich wäre da ein bisschen reservierter und würde sagen, ja, es gibt schon auch noch Unterschiede zwischen diesen Vorurteilsformen und Antisemitismus. Nicht nur, weil er zu der Shoah und dem Holocaust, also der Ermordung von Juden geführt hat, sondern auch, weil er von Anfang an ein Vorurteil über Mächtige ist. Also der Antisemit blickt immer so ein bisschen nach oben, weil er glaubt, dass Juden viel zu viel Macht haben. Während ein Rassist häufig und auch in der Regel ein Islamfeind ein bisschen nach unten guckt. Er glaubt, dass es eine Gruppe ist, die unter ihm steht und sozusagen die Vorurteile sind Vorurteile über nicht Integrierte in der deutschen Gesellschaft, vielleicht auch etwas schlechter Qualifizierte und so. Also es gibt schon so Unterschiede, die ich betonen würde, sagen wir mal. Aber generell finden wir hier im Haus, dass wir verschiedene, wir haben auch noch Kollegen wie Herr Salzborn, die den Vergleich zwischen Antisemitismus und anderen Rassismusfirmen quasi ganz ablehnen würden, glaube ich. Also wir haben so eine Pluralität von Meinungen, was aber für die Wissenschaft, glaube ich, echt ziemlich hilfreich ist. Weil man braucht ein bisschen Spannung auch, man muss verschiedene Meinungen auch vertreten können, damit sozusagen die Auseinandersetzung, dass das Richtige dann auch möglich ist. Hast du in all deiner Zeit, während du dich mit diesem Thema beschäftigst, irgendwas gelernt, womit du vorher nicht gerechnet hättest? Hast du irgendwo überrascht worden? Ja, also was einen nicht mehr so überrascht, was die Öffentlichkeit, glaube ich, häufig überrascht, ist, dass dieses Vorurteil über Juden, aber auch andere Rassismen so langlebig sind. Und dass wir uns heute immer noch, manchmal passiert ja so, wenn wieder irgendwie was auf einem Schulhof passiert ist oder so, oder dann werde ich oft gefragt von ganz einfachen Leuten oder auch von Journalisten, wie kann uns das dann immer noch beschäftigen? Das überrascht mich nicht mehr. Also ich bin nicht überrascht über das Ausmaß an Vorurteilen und Rassismen und auch an Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Das gibt es einfach in den unterschiedlichen Schichten sehr häufig. Worüber ich überrascht war oder worüber ich immer wieder überrascht bin, ist, wie auch schon, wie breit und verschieden Antisemitismus in der Geschichte schon auftrat. Also zum Beispiel wussten wir Historiker lange nicht, wie populär, wie in wie vielen populären Medien das vorhanden ist. Also es gab zum Beispiel auch schon um 1900 antisemitische Aufkleber, Sticker, also quasi auf Toilettenwänden, so wie heute man auf manchen Unitoiletten Antifachaufkleber oder sowas findet. Das gab es um 1900 schon auch in antisemitischer Form. Es gab antisemitische Bierkrüge, antisemitische Postkarten. Also das Alltagsleben von Leuten enthielt solche Antisemitismen. Und was es da alles gibt, hat mich immer wieder überrascht. Also als ich das erste Mal vor so einem antisemitischen Bierkrug stand, war ich schon ein bisschen perplex. Oder ein antisemitischer Spazierstock, wo dann die jüdische Nase der Griff des Spazierstocks ist. Diese gab es nicht nur einmal, sondern die wurden fast in Serie, in Serie glaube ich nicht, aber wir haben Dutzende davon, also jetzt nicht hier im Haus, aber in Museen gibt es die. Also die Breite, die bei solchen Vorurteilen vorhanden ist, was die Leute sich alles ausdenken, um das zu verbreiten, ist schon bemerkenswert. Ist Antisemitismus, Islamfandlichkeit heilbar? Heilbar. Naja, wenn ich nicht glauben würde, dass es ein bisschen besser gehen würde, würde ich den Job nicht machen. Natürlich kann man, glaube ich, aufklären und man kann mit den Leuten reden und man kann Sachen verbessern. Aber es gibt eben auch schon überzeugte Antisemiten und überzeugte Rassisten, die schwer zu bekehren sind. Aber es gibt, glaube ich, eine Anfälligkeit in der breiten Gesellschaft für bestimmte Stereotypen, wo man durchaus noch rankommt und wo man sagen kann, das macht auch den und den Gründen keinen Sinn oder so. Aber ob wir wirklich zu einer Gesellschaft kommen können, das ist natürlich die Utopie, zu einer Gesellschaft kommen, in der wir friedlich nicht nur zusammenleben, sondern auch voneinander respektieren, trotz unserer Unterschiedlichkeit, ohne dass irgendwer zu Stereotypen oder Vorurteilen neigt. Ich befürchte, das wird schwer werden. Wie kann man denn über die Vorurteile gegenüber Juden, gegenüber Moslems reden, ohne die Vorurteile zu nennen? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, viele Leute glauben, die Juden sind an der Macht und so weiter, dann indem ich das schon sage und du sagst, das stimmt nicht, ist aber beim Zuschauer jetzt gerade schon so, ah, er hat gerade gesagt, die sind an der Macht. Ja, das ist ein riesiges Problem. Das ist sogar noch viel schlimmer, weil es wirklich sehr, sehr viele psychologische Studien darüber gibt, dass diese Bestätigung, wenn ich das gesagt habe, also wenn ich jetzt sage, was weiß ich, Afrikaner oder afrikanischstämmige Menschen sind faul. Ein klassisches Stereotyp, das eine lange Geschichte hat. Und jetzt würde ich dann anfangen, diese Geschichte zu erzählen, um das auseinanderzunehmen, dieses Vorurteil, habe ich aber bei all deinen Zuschauern den ersten Satz gebracht, Afrikaner sind faul. Und die Psychologen können nachweisen, dass die meisten Menschen diesen Satz schon häufiger mal gehört haben und sich deswegen durch dieses Interview bestätigt gefühlen, weil sie sagen, ah, das weiß ich, stimmt, das habe ich schon gehört. Und den Rest, was ich dann bringe an neuen Informationen, warum das nicht stimmt und so, wird schon viel weniger wahrgenommen, weil es meistens eben eine neue Information ist. Und von daher haben wir in der Vorteilsvorstellung oder in der Stereotypen, also der Arbeit, auch der Bildungsarbeit mit Stereotypen, immer das Problem. Aber wir können ja nicht anders. Also um Aufklärungsarbeit zu machen, müssen wir natürlich immer auch die Stereotyper ein bisschen benennen. Wie macht man das am besten? Naja, man versucht natürlich schon, also ich glaube, wir kommen da nicht raus. Ich glaube, wir können nicht so tun, als müssten wir nicht in der Aufklärungsarbeit auch immer die Stereotype irgendwie benennen. Wir können nicht einfach so tun, als würde es reichen, die Geschichte Afrikas so zu erzählen, dass die Leute langsam, aber sicher dieses Vorurteil verlieren. Oder dass Juden viel Macht haben, dass wir dann einfach eine jüdische Geschichte, eine Geschichte der Juden erzählen, die zeigt, dass das einfach nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass die Leute dann in der Lage sind, diesen Schritt zu machen, sondern das müssen wir ihnen schon zeigen. Insofern müssen wir das immer sagen. Hast du ein persönliches Mittel? Also ich glaube, dass wenn man, also eins der Mittel, die ich interessant finde, die jetzt in den letzten Jahren in der Popkultur ja auch stark benutzt wurden, die, ich kann das nicht unbedingt, ich bin Wissenschaftler, aber wenn man, ich glaube, dass wenn man mit Lachen arbeitet, also mit Humor, dann kann es eben sein, dass man diese Beziehung zwischen dem Stereotyp und der Aufklärungsarbeit so ein bisschen flüssiger macht. Also wenn man die Leute zum Lachen bringt, auch über die Vorurteile, dann verlieren sie ein bisschen was von ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Mystik. Man muss da natürlich aufpassen, aber ich glaube, dass Humor ein gutes Mittel sein kann. Leider weiß ich nicht, ob ich da lustig genug zu bin, um das selber machen zu können. Aber ich sehe so bei vielen guten Komödianten, Ali G zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Alias Borat. Alias Borat, genau. Der Borat-Film zum Beispiel hat sehr viel mit Antisemitismus gearbeitet. In dem Film spricht er ja hebräisch, ein sehr skurriles Hebräisch, aber er spricht hebräisch. Und wenn man versteht, was er sagt, was ich zumindest zum Teil noch tue, dann wird der Film noch mal lustiger, weil er sozusagen unter seinen Handlungen, die sehr, sehr antisemitisch sind, zum Teil so eine zweite Ebene drunter hat, durch die Kommentierung. Das ist sehr lustig. Aber das, also so was zu machen ist schon sehr, damit kann man, glaube ich, damit können wir, glaube ich, vorankommen, in Auseinandersetzung mit Vorurteilen. Aber gleichzeitig ist das natürlich wahnsinnig schwer und für uns als Wissenschaftler jetzt auch nicht so richtig unser Job. Wir nähern uns, jetzt sagen Sie mal, so ein bisschen Ausgangspunkt, warum ich auf die Aufmerksamkeit gewonnen bin. Du hast ein Essay geschrieben, Zornpolitik. Und es gibt ein anderes Vorurteil, was auch aktuell grassiert in der deutschen Gesellschaft, zum Beispiel mit Flüchtlingen. Geflüchtete Menschen sind krimineller als Deutsche. Wie können wir damit umgehen? Das ist ja falsch, faktisch falsch. Ja, genau. Und trotzdem wird es natürlich massiv geglaubt. Also gerade die Kriminalitätsstatistik ist sozusagen angstbesetzt natürlich. Und da gibt es dann einen großen Widerspruch. Eigentlich sinkt die Kriminalität und ist auf, glaube ich, dem tiefsten Stand seit 20 Jahren ungefähr oder seit 17. Ich weiß nicht genau. Und ja, aber wie, das ändert nichts daran, dass die Leute trotzdem glauben, dass es immer schlimmer wird. Reicht es nicht einfach, denen zu sagen, das ist falsch? Ihr denkt irrational? Ja, genau darum geht das Buch in gewisser Hinsicht, weil das Buch versucht so ein bisschen zu zeigen, okay, dass diese irrationalen Gefühle erstens vielleicht nicht irrational in dem Sinne, wie wir meistens sagen, sondern dass sie auch eine gewisse Logik haben. Es hat eine bestimmte Logik, warum die Leute auf solche vermeintlichen Zahlen mit Angst reagieren. Und es reicht nicht einfach zu sagen, ey, lasst den Kram, hört auf, eure Emotionen zu haben, weil dann die Leute im Zweifelsfall mit der Reaktion kommen, dass man deren Emotionen ja nicht ernst nehmen würde. Also die Rechtspopulisten zum Beispiel haben genau diesen Punkt sehr massiv genutzt. Im Trump-Wahlkampf in den USA hat einer der wichtigen Protagonisten oder Helfer von ihm, Newt Gingrich, in einer Fernsehinterview gesagt, zu einer Journalistin, die ihn auf die sinkende Kriminalitätsrate angesprochen hat, ist in den USA nämlich auch so, dass das nicht stimmen würde. Und sie hat dann zwei, dreimal nachgefragt, so nach dem Motto, ja, aber das ist doch Fakt. Und dann hat er gesagt, ja, aber Fakten überlasse ich gerne Ihnen, aber die Leute haben das Gefühl, dass diese Fakten als Regierungspropaganda benutzt werden und dass das einfach nicht stimmen würde. Und es standen sozusagen Fakten gegen Emotionen in diesem Gespräch. Und er hat dann sogar noch gesagt, ja, die Fakten überlasse ich den Theoretikern. Und das ist natürlich sehr geschickt, weil es so aussieht, als würden die Journalisten den Leuten ihre, würden die Angst nicht ernst nehmen und würden irgendwie so tun, als sei das Blödsinn. Und nur die Rechtspopulisten, à la Trump, würden den Leuten sozusagen, ja, nach dem Mund reden oder würden verstehen, was sie eigentlich umtreibt. Drei, vier Wochen später ist das von dem Berliner AfD-Vorsitzenden Pasterski auch in einem Wahlkampf-Interview das gleiche Argument genutzt worden. Ich glaube, er hat sogar Newt Gingrich vorher geguckt und hat das dann auch im Berliner Wahlkampf genutzt. Und ich glaube, dass das so ein Umgang mit Emotionen ist, wo wir häufig, wo sozusagen die aufgeklärte Öffentlichkeit, die Journalisten häufig auch ein bisschen hilflos sind. Weil was wollen wir denn jetzt machen gegen diese ganzen Emotionen? Und das Buch versucht zu beschreiben, wie diese Emotionen funktionieren, wie sie aufkommen, was die Leute damit sagen wollen, wenn sie sagen, sie haben Angst oder sie sind wütend oder zornig. Und das ist sozusagen der Ansatz so ein bisschen gewesen, da auch so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Sie sagen ja nicht einfach, sie haben irgendein Gefühl, sie sind ja nicht eifersüchtig, sondern zum Beispiel oder glücklich oder ich weiß nicht was, sondern sie sagen ja sehr spezifische Dinge in sehr spezifischen Kontexten. Also zum Beispiel Angst oder zum Beispiel Wut, Zorn. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es jetzt die richtige Frage an dich wäre, eine gefühlte Realität, was wir dagegen machen können. Aber ich finde, ich glaube, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Vielleicht soll ich eher fragen, wie gehen wir damit um? Naja, es gibt schon die Möglichkeit, natürlich, also wenn jetzt eine Option wäre, dass auch sozusagen die andere Seite, ich weiß nicht, wie man die auch jetzt nennen will, die liberale, die linke oder die aufgeklärte Öffentlichkeit auch mehr Emotionen machen muss. Also so eine Art linker Populismus oder so, dass man auch die gleichen Mittel benutzt und eben massiv mit Emotionen dagegen hält. Manchmal finde ich diese Idee auch charmant, aber dann habe ich auch das Gefühl, dass wir wichtige Instrumente eben aus der Hand legen würden. Also zum Beispiel Aufklärungsarbeit. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht richtig. Zumal, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Populist in Deutschland auftreten würde und ein Linker meinetwegen und er würde vielleicht auch Erfolg haben, dann was wäre danach? Also die Frage ist ja nicht, ob Obama toll war. Obama war aus meiner Sicht sehr gut für Amerika. Aber nach Obama ist Trump gekommen. Also Obama hatte sozusagen eine, er war jetzt kein Populist, aber er hatte eine sehr emotional unterfütterte Politik und die hat dann die emotional unterfütterte Politik der anderen Seite sicher auch mit hervorgebracht, ohne dass man ihm das vorwerfen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Spiel gewinnen können. Da habe ich auch meine Zweifel. Ich glaube, was, also das Buch zumindest versucht, das ist natürlich, das ist das, was ich als Historiker kann oder was ich als Wissenschaftler kann. Ich versuche dann Argumente, also ja, ich versuche in dem Buch Argumente über Emotionen zu entwickeln. Also zu zeigen, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Logiken dahinter? Warum sagen die Leute, ich bin aber zornig? Also, dass wir, dass wir so ein bisschen besser einschätzen können, wie die Leute, warum die Leute so reagieren, wie sie reagieren und vielleicht auch, wie wir dann mit ihnen in ein Gespräch über diese Gefühle kommen können. So, bei dem Beispiel, die kriminellen, Flüchtlinge, kriminellen Ausländer, wie kommen wir da ins Gespräch? Wie können wir da vermitteln? Ja, ist natürlich immer, also, mit rechten Reden gab es ja, ist auch so eine große Debatte in den letzten Monaten gewesen. Ist natürlich immer ein bisschen die Frage, mit wem man es zu tun hat. Also, wenn man jetzt einen richtigen Neonazi gegenüber sitzt, der, was weiß ich, aus der NPD kommt oder so, der, da wird es wahrscheinlich schwer. Aber, wenn man anderen Leuten gegenüber steht, die solche Argumente aufgeschnappt haben, dann... aus politischem Interesse, um für seine Partei zu werben. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen anders vorgehen. Aber bei der Bevölkerung, das passiert mir ja auch im Alltag, würde ich immer auch ein bisschen versuchen, danach zu fragen, was die Leute da dann so dran bewegt. Also, jetzt gar nicht mal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, mit den Flüchtlingen und der Kriminalität. Das kann man auch dann irgendwann mal kurz besprechen. Aber ich würde eigentlich eher danach gehen, warum die das so für wichtig halten. Oder was, 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 warum betrifft sie das? Ist das nicht einfach nur eine Zahl aus der Zeitung? Oder ist das etwas, was sie erlebt haben? Oder wie, warum, warum haben sie so eine emotionale Involviertheit bei dem Thema? Ja, und ich glaube, da, wenn man, also sozusagen zu versuchen, über Emotionen, über die Interessenlage der Leute zu sprechen, dann kommt man vielleicht ein bisschen weiter. Also, ich bin auch nicht immer sicher, ob das klappt. Aber es ist, glaube ich, besser, als so diese Gegenüberstellung richtig falsch aufzumachen. Zu sagen, nee, das darfst du aber so nicht sagen. Und das ist falsch. Da sind wir schnell in der Sackgasse. Und ich glaube, dass auch gerade viele Leute, die so zu so rechten Argumenten im Moment oder rechtspopulistischen Argumenten neigen, auch einfach ein bisschen ernst genommen werden wollen. Also, das, was sie am meisten aufregt, wenn man die Interviews sich anguckt, ist der Nazi-Vorwurf. Weil der Nazi-Vorwurf unabhängig davon, ob er bei dem Argument, um das es gerade geht, richtig ist oder falsch ist, immer dazu führt, dass man jemanden ausgrenzt. Wenn man sagt immer, du bist Nazi, das heißt, mit dir muss ich eigentlich gar nicht reden. Du bist einfach nicht, also Satisfaktionsbesuch, du gehörst einfach nicht zur normalen Welt. Und ob die Leute den wirklich an den Kopf geworfen kriegen oder ob sie das nur vorstellen, ist noch eine zweite Frage. Aber sie haben das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen. Man will sie aus der Diskussion raushalten. Und ich glaube, dass wir gesamt als Gesellschaft irgendwie lernen müssen, diese Leute wiederzuholen ein bisschen. Ich habe Freunde, gerade nach der Bundestagswahl, die gesagt haben, auch öffentlich, alle AfD will, er sind Nazis. Hatte ich irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ist das jetzt aus deiner Sicht auch falsch? Ja, ich würde das so in der Pauschalität nicht sagen. Ich finde auch den Nazi-Vergleich deswegen schwierig, weil er nicht genau genug benennt, worum es hier gerade geht. Also wenn man jetzt sagt, es sind Rassisten oder das sind Leute, die neigen zu rassistischen Argumenten oder religionsfeindlichen oder so, dann ist das manchmal ein bisschen treffender, weil der Nationalsozialismus als Ideologie schon eine sehr spezifische Spielart auf der Rechten ist, zu denen würde ich sagen, nur ein gewisser Teil selbst in der AfD oder im rechten Spektrum neigt, wenn überhaupt. Also da ist man schon sehr, sehr weit draußen. Und deswegen hat der Begriff auch was Diffamierendes, wenn man den einsetzt. Und damit wäre ich eher vorsichtig. Aber wozu führt das? Wenn da jetzt AfD-Wähler das hören, der nennt mich Nazi, was macht das mit den Emotionen dieser Menschen? Ja, dann fühlen die sich erstmal in ihrer Position erstmal eher bestätigt, weil sie das als Verachtung der Gesellschaft für ihre Haltung und Position empfinden. Und Verachtung ist einfach kein guter Start, um ein Gespräch zu führen. Insofern wäre ich mit dem Nazi-Vorwurf, auch mit dem Rassismus-Vorwurf, immer erstmal ein bisschen zurückhaltender. Ich würde immer eher versuchen, auch über die Vorurteile und die Emotionen, die daran beteiligt sind, ins Gespräch zu kommen. Aber ich kann gut verstehen, dass wenn Leute zum Beispiel türkischer Herkunft sind oder wenn sie anderer Herkunft sind oder wenn sie auch einfach echt nicht verstehen können, wie die Leute so reden können, dass man eben auch dann sehr emotional reagiert und sagt, das sind Nazis oder das sind Idioten oder Arschlöcher oder was auch immer man sagen möchte. Das kann ich oft nachvollziehen. Das ist auch ein Impuls, den ich natürlich teile gelegentlich. Wenn dann Herr Gauland wieder irgendwas gesagt hat, dann könnte ich auch manchmal an die Decke gehen. Aber ich glaube, das ist ein Impuls, über den wir auch nachdenken müssen, auf der anderen Seite sozusagen, auf der linken oder wie auch immer man das nennen will. Ich drehe es mal um. Aktuelles Beispiel sind die Seenotretter. Wir haben gestern Abend eine Pressekonferenz der Seenotretter hochgeladen. Komplett ohne Kommentar, einfach nur, was die gesagt haben. Und da gab es echt in den Kommentaren von Menschen, die ich vorher noch nie da gelesen habe, also wirklich die Anschuldigungen, das sind Schlepperverbrecher, die muss man in den Knast stecken und so weiter. Aber ist es ja rein logisch, das ist ja wie bei der Feuerwehr, wenn es brennt, muss die Feuerwehr kommen, um Menschen zu retten. Kannst du irgendwie dahinter steigen? Ich verstehe das wirklich nicht, wie Menschen retten, also rettern, vorwerfen, Verbrecher zu sein. Ja, also das fällt mir natürlich auch, das gebe ich sofort zu, manchmal dann wirklich sehr schwer. Das hält sich hartnäckig. Und dann kommt dann noch dazu, dass die Politiker, also nicht nur in Italien, der Innenminister, der rechtsextremer ist, aber selbst hier in Deutschland jetzt schon, unser Innenminister jetzt, die noch nicht Verbrecher genannt hat, aber hier, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden, die müssen festgesetzt werden. Also der bestätigt ja quasi diese Grundüberzeugung derjenigen, die gleich sagen, das sind Verbrecher. Ja, Herr Dobrindt hat auch, glaube ich, sogar von einer Asylabschiebe, Verhinderungsmaschinerie oder Industrie irgendwie gesprochen. Asyl und Seehofer reden von Asyltourismus. Asyltourismus, genau. Das sind natürlich dann auch letztlich Haltungen von Politikern, die diese Stimmung schüren und die dann auch, also die dazu führen, dass die Leute, die sowas schreiben, sich auch im Recht glauben. Also die haben das Gefühl, hey, das, was ich denke, sagt im Prinzip der Herr Söder auch, ja, sagt es vielleicht nicht genau so und so, aber eigentlich fühlen die sich halt bestätigt, natürlich vor allem dann auch durch die AfD und durch andere rechte Kräfte. Und dadurch hat das jetzt gerade so einen Wellencharakter, weil die Leute das Gefühl haben oder weil immer mehr Leute das Gefühl haben, sie sind nicht die Einzigen, sie sind nicht alleine. Und da wirkt sich auch dummerweise dann die sozialen Medien ein bisschen aus, was ja ein neues Phänomen ist, dass man nämlich, wenn man rechte Parolen auf Facebook oder sonst wie äußert, man natürlich Follower findet und auch eine neue Gemeinschaft bekommt. Also man hat Rückhalt und man erfährt das, was man an kruden Thesen da vertritt, da hat plötzlich Nachhall, eine Wirksamkeit unter anderen, also unter anderen Nutzern. Und das produziert im Moment aus meiner Sicht, kann ich jetzt nicht sozialwissenschaftlich unterlegen, aber aus meiner Sicht so diesen Wellencharakter. Und dann eben auch dieses trollartige Austicken, das die Leute dann auf eurer Webseite dann offensichtlich auch gemacht haben oder Facebook, ich weiß nicht, wo das war, aber YouTube, genau, auf dem YouTube. Also das kennt inzwischen jeder. Man kann auf die Webseite des Bundespräsidenten gehen. Wenn der irgendeine Rede hält zu irgendeinem heiklen Thema, dann geht das ab auf seiner Facebook-Seite. Und ehrlich gesagt, ich weiß sogar, dass der das gelegentlich liest und der ist extrem irritiert über solche Sachen, weil man irgendwie nicht weiß, wie das weitergehen soll mit solchen Beschimpfungen. Aber manches davon ist strafrechtlich relevant. Dann muss das entsprechend geahndet werden. Also wenn jemand zum Mord aufruft oder wenn jemand wirklich volksverhetzend vorgeht, dann muss man sowas, finde ich, melden. Und mit bestimmten Beschimpfungen muss man umgehen oder muss man ertragen sozusagen heutzutage, glaube ich. Und bei anderen muss man, glaube ich, auch sich eine Gegenstrategie überlegen. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Frau Roth. Frau Roth, die Bundestagspräsidentin, Vizepräsidentin hatte hatte ja diese AfD-Sitzung geleitet, in der ein AfD-Politiker seine Redezeit genutzt hat, um eine Schweigeminute für die ermordete Susanna, die von einem Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Ein Lager. Ja, gut, kann sein. Umgebracht worden ist. So, und dann hat sie das unterbunden, weil das nach den Regeln des Rederechts im Bundestag nicht erlaubt ist. Also man muss zum Thema reden. Man darf nicht schweigen. Also man muss zum Thema reden. Man kann eine Schweigeminute beantragen. Dann müssen die anderen Fraktionen dazu was sagen und glaube ich auch zustimmen. Zumindest muss es eine Mehrheit geben, wie auch immer. Hätte man also machen können, hat die AfD aber nicht gemacht, sondern sie hat das formale Verfahren missachtet. Deswegen hat sie das unterbunden und dann hat die AfD, ich glaube sogar die AfD, dieses auf die Webseite gepackt und dann ist das da explodiert. Und Frau Roth hat irgendwann letzt, dann vor zwei Wochen, glaube ich war das, dann einen Aufruf auf Twitter und auf Facebook, glaube ich, gemacht, wo ihm klar war, okay, so geht das nicht weiter. Also es muss bestimmte Spielregeln einer Demokratie geben, die auch für die AfD gelten. Also man kann nicht in den Bundestag, man braucht, man braucht eine Redestruktur, eine Redeordnung, anders geht es nicht. Das interessiert aber nur die Zuschauer nicht, die wissen ja gar nicht, dass es diese Regeln gibt. Na klar, dann muss man das erklären, das hat sie dann auch in ihrem Aufruf, also in ihrem Aufruf hat sie das auch erklärt. Dann gab es sogar, also der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, wer ist das noch im Moment? Schäuble, genau. Schäuble hat dann auch dazu Stellung genommen im Bundestag und die AfD, glaube ich, auch gerügt, ich weiß nicht genau. Also solche Sachen, das sind schon Grenzüberschreitungen im Moment. und da, also sie ist, sie hat Morddrohungen erhalten, also es ist richtig massiv, sie ist unter Polizeischutz gestellt worden für einige Tage, oder ich hoffe nur für einige Tage. Also da ist im Moment in der Gesellschaft sicherlich eine Menge los, was ihr dann eben auch abkriegt, wenn ihr solche Lebensrettungen, also Leute, die aus Seenot Menschen retten, was ja einfach eine humanitäre Tat ist und wo man auch keine Kritik dran zu üben hat. Also Leute, die in Seenot sind, müssen gerettet werden, Punkt. Ich will mal kurz bei dem Social Media Ding bleiben und es vielleicht mal positiv sehen. Können wir es als Geschäftsführer nicht gut finden, dass diese Haltungen und diese Meinungen jetzt nicht mehr irgendwo unter die Decke gekehrt werden? Die finden ja in den Zeitungen und in etablierten Medien nicht statt, aber durch die Social Media können wir doch froh sein, dass es sichtbar gemacht wird, man muss ja nicht von Hass sprechen, aber dass die Angst und die Résentiments und so weiter geäußert werden, damit wir nicht immer sagen, wir sind so liberal, gesellschaftlich und uns geht es gut und Deutschland ist so weltoffen. Ja, das Argument gibt es natürlich, das basiert allerdings auf so ein paar Voraussetzungen, von denen ich nicht sicher bin, ob sie stimmen. Sie basieren auf der Voraussetzung, dass das, was da jetzt in den sozialen Medien gesagt wird, sonst auch woanders gesagt werden würde. Was einfach, also eine soziale Realität, die Leute sitzen am Stammtisch und beschimpfen, schimpfen über andere und das wird jetzt quasi wiedergespiegelt in den sozialen Medien. Also so eine Widerspiegelungsthese. Ich glaube sogar auf Social Media sagt man noch mehr als in der Kneipe. Eben, da fängt das Problem schon an. Also mein Argument wäre, da wird nicht einfach nur das, was man sonst so vielleicht sagen würde, was man oder was man sonst in der Kneipe beim Bier sagt, einfach auch nochmal gesagt oder anstelle dessen gesagt, sondern es entsteht eine Radikalisierungswelle. Das hat eben einen Effekt, wenn ich nicht nur in einen Raum reinblöken kann, sondern wenn in dieser Raum auch noch mit Leuten besetzt ist, von denen ich weiß, dass sie das wahrscheinlich, dass sie das, von denen ich faktisch weiß, dass sie das auch alles richtig finden. Erstens fange ich dann an lauter zu blöken. Ja, also ich benutze noch mehr Schimpfwörter und werde noch radikaler. Und dann hat das ja Resonanzen, weil jeder, der möglichst radikal sich äußert, wird geliked, wird getweetet, wie auch immer. Also das heißt, die Resonanzerfahrung der eigenen Wirkmächtigkeit, kann man sagen, also die eigene Meinung ist plötzlich was wert. Und wird plötzlich gehört. Jenseits der normalen Medien. Und das ist natürlich Genugtuung. Das baut die Leute auf. Die Leute haben das Gefühl, boah, ich habe ganz viele neue Freunde und die sagen auch so Sachen wie ich und denken das auch. Das heißt, ich bin nicht sicher. Wir sind schnell, haben wir eine zweite Realität neben der Realität geschaffen, in der die Menschen viel mehr schimpfen und viel mehr sich echauffieren und aufregen als im normalen Leben. dafür gab es ein ganz schönes Beispiel. Frau Künast, die grünen Politikerin, die auf ihrer Facebook-Seite massiv, ich glaube, es war vor zwei Jahren, massiv beschimpft wurde, ist einfach irgendwann mal zu diesen Leuten hingefahren. Die haben ja im Klarnamen sie beschimpft. Und dann ist sie einfach da mal hingefahren und hat bei denen an der Tür geklingelt. Wilde Reaktion. Also es ist total interessant, wie die Leute reagieren. Die erste Reaktion war, ach, das ist ja toll, dass sie mal zu mir kommen. Wo man ihnen denkt, du hast sie doch gerade beschimpft. Und die zweite Reaktion war, ach, das habe ich doch im Netz gesagt, das meine ich doch gar nicht so. Und dabei haben sie ja quasi, haben sie quasi umbringen wollen. Ja, also offensichtlich lernen wir im Internet etwas, was wir in der Realität oder in der Kneipe oder so gar nicht so tun würden. Wir werden also sozusagen möglicherweise radikaler, als wir in der Alltagswelt sind. Weißt du, wo das bei mir so war? Auf dem Pausenhof. Ja. Ist Social Media nicht ein bisschen das Pausenhof-Ding, wo wir uns alle gegenseitig anstacheln? Ja, scheiß Leere. Ja, und Tyler ist ein Arsch, mit dem müssen wir mal nach der Schule auflauern. Macht keiner. Ich denke auch manchmal, dass so manche Facebook-Communities quasi zu kollektiven 15-Jährigen sich zurückentwickeln quasi. Also sämtliche Hemmungen fallen lassen und auch diese Beschimpfungsrituale, die Jugendliche, gerade jugendliche Männer oder Jungs so pflegen, da finde ich schon viele Ähnlichkeiten. Aber gleichzeitig ist natürlich das ernste Problem daran, also nicht, dass das nicht auch schon ernst wäre, wie sich Jugendliche beschimpfen, ist auch interessant, oder ist auch bemerkenswert, ändert sich auch, ist ja auch nicht immer gleich. Ich will gleich nochmal drüber reden. Ja, genau. Aber wie, das ernste Problem ist natürlich, dass es so eine, dass es möglicherweise so eine Erhitzung der Gesellschaft mit sich bringt, ne? Also, dass die Leute, ja, quasi, also immer zorniger werden, immer mehr auch, oder sich in ihrer Angst vergemeinschaften, ne? also mit anderen und geteilte Angst ist sicher oder geteilter Zorn ist sicher auch eine intensivere Erfahrung, als wenn man das alleine im stillen Kämmerlein hat und, was weiß ich, gegen den Schrank tritt, weil man so wütend ist, ja? Aber wenn man das in den sozialen Medien erfährt, dann erfährt man eben auch die Wirkungsmacht solcher Haltungen. Das heißt, sie wird ja auch gleich bewertet und für gut befunden und die Leute können sich da reinsteigern. Und ich glaube, dass das im Moment gerade so der Punkt ist, was wir als Gesellschaft auch lernen müssen. Also, wie gehen wir mit diesen Emotionen, mit diesen Aufwallungen, die die sozialen Medien ermöglichen, wie gehen wir denn mit denen eigentlich um? Das ist ja was Neues. Also, das ist ja nicht, das hat es in dieser Form so vorher eben nicht gegeben. Aber irgendwie so viele Reaktionen auch so von der politischen und medialen Seite sind ja auch emotional, wo dann so gesagt, also so, ich weiß nicht, ob es manchmal gespielt ist, aber es wird sich empört. Genau, wir haben dann... Ist das hilfreich denn, wenn man... Ja, das finde ich eben oft nicht so, weil die Empörungswelle, die dann über Rassismus oder ähnliches, ich kann das verstehen, also ich finde das auch, ja, nachvollziehbar, gerade wenn es auch von Leuten natürlich kommt, die gemeint waren, also die, 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 die Opfer dieser, dieser Angriffe waren. Klar, kann ich sofort nachvollziehen, aber so als Gesellschaft insgesamt müssen wir, glaube ich, noch lernen, damit umzugehen und müssen, glaube ich, auch lernen, wie wir die Leute wieder rausholen, aus diesem Aufwallung. Hast du eine Idee? Schön, wenn ich eine hätte. Oder ich, also ich, ich glaube... Es gibt ja historische Erfahrung. Ja, naja, also was es gibt, was Historiker schon immer beschrieben haben, ist, dass viele Neuerungen, gerade Medienrevolutionen, haben immer solche Phasen der Verunsicherung mit sich gebracht. Man nennt das manch mit dem englischen Wort Moral Panics, so moralische Panikwellen quasi, die man zum Beispiel auch sehen kann bei der Einführung von, 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 von Zeitungen im 19. Jahrhundert, von Massen, von Massenzeitungen, weil die Leute sich alle möglichen Fantasien darüber hatten, was jetzt passiert, wenn sie von allen Morden, die in Deutschland passieren, erfahren und welche Auswirkungen das auf sie hat. Und es hatte bestimmt auch Auswirkungen, ich kann nicht in Abrede stellen, ist aber durchaus so eine, man kann solche gesellschaftlichen Verunsicherungen bei Medienrevolutionen immer wieder sehen. Oder im, beim Einführung des Fernsehens gab es eine große Debatte darüber, was jetzt für ein Schund oder bei der Einführung des Films auch. Also es gab immer wieder, was jetzt für ein Schund auf die Leute niederprasselt und dann gab es immer wieder so eine Kulturkritik daran, dass es immer alles schlimmer wird und, also man kann solche historischen Vergleiche ziehen, aber jedes dieser Medien hat auch wiederum eine eigene Logik und verändert ganz spezifische Sachen. Und dieses, die sozialen Medien verändern gerade unsere, unsere Kommunikation über lange Entfernungen. Also wir können uns plötzlich mit Leuten vergeben. Also wenn ich in Kaufbeuren oder in Duisburg sitze, ist egal, wenn ich am Netz bin, kann ich mich mit dem Kollegen in Kaufbeuren darüber einigen, dass die Flüchtlinge ganz schrecklich sind. Und man kann sich so, man hat einfach eine neue Verbindung, ja, eine neue, auch die, die sozusagen rückversichert werden kann. Man kann sich über viele Posts austauschen. Und das ist, glaube ich, eine neue Realität, mit der wir auch immer ein bisschen lernen müssen, umzugehen erst. Noch mal zurück zu einer Anekdote von der Künast-Sache. Waren da Kameras dabei? Oder hat sie das quasi privat gemacht? Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, wenn Künast bei mir klingelt und eine Kamera dabei ist, als wenn nur sie da steht. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern. Ich weiß, dass ich einen Zeitungsbericht darüber gelesen habe. Ich erinnere mich an dein anderes Szenario in deinem Buch. Eine Frauenkirche. Ja, genau, genau. Ja, das stimmt. Also, du hast auf jeden Fall recht. Also, ich glaube, sie ist ohne, es gab Fotos, also, aber nicht von den Leuten, sondern von ihr, wie sie halt vor diesen Reihenhäusern irgendwo in Westdeutschland steht, wo sie eben dann diese Autoren der Post getroffen hat in ihren Wohnungen. Und es gab halt so, ja, Diskussionsmitschnitte oder Interviewteile. Aber natürlich verhalten wir uns automatisch anders, wenn da eine Kamera dabei ist, klar. Du jetzt auch. Ich jetzt auch, natürlich. Ich versuche es halbwegs normal zu halten, aber wir wissen ja, dass wir gefilmt werden. Aber manchmal ist es auch überraschend, dass es den Leuten gar nicht, dass es die Leute gar nicht irritiert. Und manchmal ist die Aufwallung, dass die Leute sich so in den Zorn geredet haben, dass sie so glauben, um Recht zu haben, dass es sich schon auf der gar nicht stört. Ich denke jetzt zum Beispiel an den antisemitischen Vorfall hier in Berlin, wo ein Restaurantbesitzer, ein jüdischer Restaurantbesitzer, Nisraeli, von einem vorbeilaufenden Mann wüst beschimpft wurde. Und auch, also wirklich wüst. Und der hat dann das gefilmt. Oder es wurde gefilmt von einer Bekannten, die daneben stand. Und das hat den überhaupt nicht irritiert. Also, der fand das völlig in Ordnung, das, was er da sagt. Und es konnte auch gerne mal jemand aufnehmen. Ich meine, das war schon sehr spezifisch. Aber die Geschichte bei der Frauenkirche, da gab es einen SPD-Politiker, es gab eine Demonstration gegen ein Mahnmal, sage ich mal, für die Situation in Aleppo. da haben dann besorgte Bürger, Menschen, die dagegen demonstriert. Und der SPD-Politiker ist zu einer Frau gegangen und wollte mit ihr mal reden. Kannst du mal die Situation beschreiben? Ja, also Herr Dulig war das, von der SPD-Vorsitzenden in Sachsen, glaube ich, und war zu der Zeit Wirtschaftsminister, ist er, glaube ich, immer noch. Und da waren an dem Tag mehrere Veranstaltungen da auf dem Platz, weil es eben diese Einweihung dieses Mahnmals gab. Es war auch im Vorfeld, es war im Februar, es war im Vorfeld des Gedenkens an die Dresdner Bombennächte. Und dieses Mahnmal erinnerte eben an die Bomben in Aleppo, die im syrischen Bürgerkrieg jetzt in den letzten Jahren niedergeregnet sind. Und viele Menschen umgebracht haben und die diese Verbindung, diese historische Verbindung unter anderem hat diese Frau, die Herr Dulig da traf, sehr, sehr aufgeregt. Und zu dem Punkt, dass sie mit Herrn Dulig wirklich nicht reden wollte. Also eigentlich machen die so ein zu zweit so eine Art Tänzchen voreinander und Herr Dulig möchte immer mit ihr ins Gespräch kommen da sie jetzt vielleicht eher zum Demonstrieren gekommen war und nicht zum Reden, will sie das nicht, aber sie ist halt auch total beherrscht von so einem Ressentiment gegen die Regierenden, gegen die, gegen die, die alles falsch machen, gegen Merkel und gegen alle, auch die sächsische Regierung, die da jetzt so ein Mahnmal hinstellt und ist extrem aggressiv und verweigert quasi jedes Gespräch und für mich war das in dem Buch so ein Beispiel dafür, dass es schwer ist, wenn die Leute sich so in diese Emotionen begeben haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, vor allem, wenn man keinen Weg findet und Herr Dulig findet irgendwie keinen Weg, wahrscheinlich war das auch ein bisschen der falsche Anlass, weil die eben zum Demonstrieren gekommen war und er sie quasi jetzt in Gespräch ziehen wollte, aber es ist schon schwer mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen, wenn sie so eschafiert sind, vielleicht hätte man mit der Frau, ich habe nie herausgefunden, wer das ist oder so, vielleicht am nächsten Tag nochmal in Ruhe reden können, vielleicht hat er das ja auch gemacht, ich weiß es nicht, aber für mich war dieses Video so ein aufgeführte, also vor der Kamera aufgeführtes Nicht-Gespräch. Aber von beiden, weil die Kamera dabei war, er hat demonstrativ versucht, ein Gespräch zu führen und sie so, nein! Genau, und, aber das sollten wir jetzt quasi nicht verurteilen. Nee, naja, also ich, natürlich finde ich irgendwie es schade, wenn so Gespräche scheitern, es passiert ja jetzt auch nicht so oft, dass ein Politiker wirklich mal versucht, mit jemandem zu reden, aber es war natürlich auch, hatte diesen Bildschirmeffekt, es sah so ein bisschen so aus, als wollte, also nicht, dass ich das weiß über ihn jetzt, will ich gar nicht sagen, aber es hatte, sie konnte die Situation so verstehen, dass er jetzt, weil die Kamera dabei war, unbedingt mit ihr reden wollte und sie hat ihm, sie hat auch kommuniziert, aber sie hat ihm vor allem ihre Emotionen kommuniziert, sie hat vor allem gesagt, ich bin stinksauer, ich will nicht mit dir reden, ja, ich will nicht mit irgendeinem Politiker reden, ihr seid schuld, ich, also sie hat sich in so ein Ressentiment hineingesteigert und da ist dann so ein Gespräch manchmal echt schwierig, dann muss man vielleicht ein paar Stunden warten, einen Spaziergang machen und dann vielleicht nochmal versuchen, wenn man, das geht ja jetzt meistens dann in solchen Konstellationen nicht, aber die Leute sind dann halt einfach schwer zu kriegen. Ich glaube auch, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und ein Lastwagen schneidet mir die Vorfahrt, dann will ich auch die nächsten zehn Minuten nicht mit dem Lastwagenfahrer reden, da habe ich einfach auch echt den Hals voll, also, das ist auch so, glaube ich, ja, bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise manchmal, ob das jetzt im Straßenverkehr agieren wir ja auf viele unserer Emotionen aus und sind sehr aggressiv so und das ist dann nicht der Moment vielleicht in Ruhe zu reden. Jetzt ist die sogenannte Flüchtlingskrise fast drei Jahre alt, 2015 war die große angebliche Krise oder Verwaltungskrise, sage ich auch mal gerne, es kamen über zwei Millionen Menschen nach Europa, eine Million nach Deutschland, jetzt sind die Zahlen, jetzt sind wir bei den Fakten, die sind ja deutlich zurückgegangen, ich glaube letztens irgendwie, es gibt nur noch, es sind 95% weniger, wir reden nur von ein paar Zehntausend pro Monat, vielleicht Hunderttausend im Jahr nach Europa, warum lässt uns, also medial und politisch, gesellschaftlich, warum lässt uns das Thema nicht los? Naja, die erste Antwort ist, glaube ich, relativ einfach, wir haben im Gegensatz zu 2015 jetzt die AfD im Parlament sitzen, die AfD ist, hat zwar Programmpunkte zu allem möglichen und behauptet auch irgendwie zu allem möglichen Politik machen zu wollen, aber sobald sie im Bundestag reden und selbst wenn sie zur Finanzlage reden müssen, reden sie sofort über Flüchtlinge. Das ist quasi, sie sind quasi im Moment eine Ein-Thema-Partei und sie treiben das Thema, sie treiben die Gesellschaft mit diesem Thema so ein bisschen vor sich her und viele Medien machen mit, viele Medien haben auch das Bedürfnis über die Ängste der Gesellschaft oder der Leute irgendwie zu reden und das irgendwie zu verstehen, aber mit jeder Talkshow, die, also ich weiß gar nicht, wie viele Talkshows wir erleiden mussten über Flüchtlinge in den letzten Monaten, es waren endlos und am Ende wird ja keiner wirklich was anderes gesagt, aber dieses Agenda Setting, das heißt, das Agenda Setting heißt, dass sozusagen bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu bestimmten Zeiten es schaffen, einen Schwerpunkt zu setzen, der dazu führt, dass die anderen irgendwas dazu sagen müssen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen, das hat die AfD wirklich gut hingekriegt und leider hecheln wir jetzt alle so ein bisschen hinterher und kriegen andere Themen nicht so richtig lanciert, von denen wir ja viele hätten. Die Grünen müssten von der AfD lernen, wie man den Klimaschutz die ganze Zeit in den Medien hält oder die Linken mit den sozialen Themen. Ja, klar, wir haben eine Wohnungskrise, wir haben in der Tat eine Klimakrise, die Energiewende ist ja gar nicht, also wir können ja jetzt hier weitermachen und faktisch ist ja auch das Gefühl, dass die Regierung eigentlich jetzt seit Monaten oder letztlich ist es wahrscheinlich seit Wochen erst, aber gefühlt seit Monaten, seit sie eigentlich da ist, nur über Flüchtlinge versucht, irgendwas hinzukriegen und alles andere kriegt man entweder nicht mit oder sie haben was anderes gar nicht gemacht und also letztlich haben sie doch schon einiges abgearbeitet von dem, was sie machen wollen, das kriegt man halt nur nicht mit, aber die gesellschaftliche Wahrnehmung funktioniert halt im Moment sehr stark darauf fokussiert und Politik funktioniert so, dass die Politiker damit auch was machen müssen, die können nicht einfach sagen, ist mir doch egal, wenn wenn ihr jetzt alle über Flüchtlinge redet, dann passiert das eben sehr schnell, dass man in Aktionismus verfällt und irgendwas machen muss. Das liegt in der Natur der Politik. Das kann man auch nicht automatisch blöd finden, weil die müssen ja, um gewählt zu werden, auch bei den Leuten, die Überzeugung schaffen, dass sie etwas ändern können, dass sie etwas machen. Also kommen wir auf diesem Problem nicht so richtig raus. Gleichzeitig glaube ich, können wir das Feld der AfD einfach nicht so überlassen, wie wir es im Moment tun. Zum einen ist die AfD ein Grund, warum uns das Thema nicht loslässt. Ja, klar, natürlich. Und dann gibt es das Problem auf einer europäischen Ebene. Es ist zu einem Konflikt zwischen verschiedenen Ländern geworden. Es gibt Länder, die sich will im Moment da sicher so nicht weitermachen und deswegen ist das halt auch einfach ein Thema im Moment gerade. Und dann haben wir einfach auch mit dem massiven Hass auf Flüchtlingen zu tun, der eben geschürt wurde jetzt über zwei Jahre und der dadurch nicht weniger geworden ist, sondern eher mehr. Aber warum ist es so leicht negative Gefühle zu mobilisieren als positive? Warum gibt es nicht eine Gegenbewegung? Wir lieben die Flüchtlinge, weil es ist natürlich auch, habe ich von Wolfgang Benzer gelernt, also alle Menschen zu lieben, ist genauso bescheuert wie alle Menschen zu hassen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, hat es natürlich am Anfang auch so ein bisschen gegeben. Also die Willkommenskultur, die damals am Münchner Bahnhof, zum Beispiel Hauptbahnhof gemacht wurde, hat mich damals sehr beeindruckt und finde ich eigentlich auch immer noch beeindruckend und in gewisser Hinsicht auch wichtig für die Gesellschaft, weil man eben zeigen wollte, okay, hier kommen Menschen, die kommen aus Bürgerkriegsländern und denen wollen wir helfen. Das finde ich eine wichtige gesellschaftliche Regung und Ressource für das Gemeinwesen, die wir nicht vergessen sollten. Aber in der Tat scheint es mir echt so, als negative Gefühle leichter zu kommunizieren als positive. Warum? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall scheinen sie irgendwie ansteckender zu sein. Wenn Deutschland Fußball spielt, dann kommen ja auch die positiven Gefühle raus. Im Moment ja nicht mehr, aber naja, gut. Das hat jetzt ja nicht so geklappt mit aber na klar, nein, ja fällt mir jetzt eine einfache Antwort auch nicht so drauf ein, zumal also jetzt auch, man weiß ja durchaus aus privaten Beziehungen, aus Freundschaften, aus Ehen, dass Liebe ansteckend sein kann, also dass man auch sich in positive Gefühle in gewisser Hinsicht hinein steigern kann. Und auch Empathie zum Beispiel kann man kann man lernen und kann man kultivieren und stärken, müssten wir wahrscheinlich auch. Also die das Empathie im Sinne von sich in andere hinein zu versetzen und deren Schicksal ernst zu nehmen, das fehlt ja auch vielen Leuten oder das, nee, das fehlt ihnen nicht, ich glaube, dass viele Menschen das durchaus haben, aber wenn sie zum Beispiel dann solche Hasskommentare auf eurer Seite zu den, zu den Menschen, die dort Menschen aus Seenot retten, die vor dem Ertrinken retten, da muss man ganz schön Emotionsarbeit machen, nämlich diese Empathie zu blocken. Also wenn ich Bilder sehe, von Ertrunkenen oder von diesem schrecklichen Jungen, also dieses schreckliche Bild von dem Jungen, der am Strand in der Türkei ertrunken da liegt, der Zweijährige, also ich empfinde dann etwas, also Trauer oder Mitleid und wenn man das nicht empfinden will, muss man was dagegen setzen, also dann und das ist Emotionsarbeit und das machen die Leute und insofern muss man dann negative Gefühle mobilisieren sozusagen. Man muss dann sich so in Zorn reden, dass dieses Mitleid weggeht vielleicht oder so versuche ich mir sowas so so versuche ich sowas zu verstehen und im Moment ist es offensichtlich so, dass viele Menschen entweder das Bedürfnis haben, das so zu machen oder von anderen angesteckt werden, das so zu machen. Es ist nicht ganz leicht zu erklären, warum das so ist. Also ich gebe dir recht, dass negative Gefühle jetzt nicht per See ansteckender sein müssen als positive. Das würde auch unserem Alltagsverständnis irgendwie widersprechen. Aber im Moment scheinen die Negativen irgendwie ein bisschen attraktiver zu sein, ist mein Gefühl. Sind Gefühle gute Argumente? Also wir nutzen sie ständig als Argument, wenn man sich mit seiner Ehefrau streitet oder mit einem Kind oder keine Ahnung was, sind Gefühle immer Argumente, weil man irgendwie sagt, aber ich war jetzt verletzt oder ich beharre darauf, dass mich dieser Satz von dir wütend gemacht hat oder so. Sind Argumente, wir nutzen sie als Argumente. ich finde, dass auch Gefühle begründbar sein müssen. Also das ist vielleicht ein bisschen widersinnig, weil man irgendwie denkt, Rationalität und Emotionen sind ja getrennte Sachen irgendwie, was ich fühle und was ich denke, sind doch zwei Welten. Aber eigentlich tun wir das den ganzen Tag. Also wenn ich mit meiner Partnerin diskutiere und vielleicht auch eine Emotion kommuniziere, dann muss ich die auch oft begründen. Wieso bist du jetzt wütend? Was soll denn das? Schrei mich nicht so an. Und dann muss ich sagen, ja, aber das und das hat mich jetzt echt sauer gemacht. Wir sind durchaus im Alltag gezwungen, Gefühle zu begründen. Und das müssen wir eigentlich auch in der Politik. Also finde ich. Wir müssen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin aber zornig, weil hier so viele Menschen herkommen, dann muss ich mit ihm eigentlich, wenn das dann klappt und wenn die Bedingungen so sind, müsste man eigentlich ein Gespräch darüber anfangen, wieso er das Gefühl für begründet hält. Und nicht quasi ihn verhöhnen mit Fakten und Tatsachen, da kommen doch gar keine mehr. Genau, also ich würde einfach grundsätzlich auch sagen, das ist auch das, was die Neurowissenschaft oder die neuere Psychologie sagt, dass wir diese eine Gehirntätigkeit, die wir Emotionen nennen und diese andere Gehirntätigkeit, die wir Gedanken oder Rationalität nennen, dass die nicht so getrennt sind, sondern dass die natürlich immer zusammen sind. Selbst mein rationalstes Argument gegenüber meiner Ehefrau ist natürlich auch ein gefühltes, wie bei anderen Menschen auch, das lässt sich gar nicht trennen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, fällt einem das auch auf. Selbst wenn man ganz, ganz ruhig und sachlich zu sein versucht, hat man dafür auch oft emotionale Gründe. Und insofern müssen wir auch, glaube ich, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen wollen, über Gefühle, sie auch nach ihren Gründen fragen. Vielleicht kommen dann auch ganz andere, die nach einer Minute gar nichts mehr mit Flüchtlingen zu tun haben, sondern mit mangelnder Wertschätzung in der Gesellschaft, mit Ausgrenzungserfahrung vielleicht, mit allen möglichen Dingen. Vielleicht auch mit zu wenig Geld, ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch damit, meine Freunde auf Facebook sagen das auch alle. Verstehst du? Es mag dann verschiedene Gefühle geben, aber vielleicht ist die Diskussion nach zwei Minuten gar nicht mehr über die Flüchtlinge, sondern über ganz andere Gründe. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, dann lass doch die Flüchtlinge aus dem Spiel, dann reg dich doch bitte auf über Arbeitslosigkeit oder mangelnde Wertschätzung. Und sicher gibt es bestimmt auch einige, die sich wirklich dann über Flüchtlinge aufregen und nur darüber reden wollen und so. Und ich würde denken, dass das dann die Ideologen sind, die wir auch nicht mehr überzeugen können. Aber viele andere Leute, da drückt der Schuh an vielen Stellen und gar nicht mal unbedingt jetzt bei den Flüchtlingen oder bei den Muslimen oder so. Woher kommt die Lust an Verschwörungstheorien? Hat das auch was mit Zorn, mit Gefühlen zu tun? Ja, Verschwörungstheorien sind auch kompliziert. Da geht es auch irgendwie um eine gefühlte Realität, um ein Gefühl, dass hinter den Kulissen irgendwas passiert. Ja, es geht auf jeden Fall um sehr große Gefühle oder eine bestimmte Angstvorstellung. Aber ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen Mechanismus oder nicht unbedingt total anders, aber einen bestimmten anderen Mechanismus bei Verschwörungstheorien. Man zweifelt erst mal. Und das ist ja eigentlich keine schlechte Tugend in einer Demokratie. Man zweifelt erst mal eine bestimmte Haltung an. Man sagt auch, also in der Wissenschaft zum Beispiel ist der Zweifel extrem wichtig. Sonst würden wir nie zu neuen Erkenntnissen kommen. Wenn alle immer sagen würden, was die anderen schon geschrieben haben, wird es nicht weiter gehen. Also bestimmte Grundüberzeugungen in einem Themenfeld irgendwie anzuzweifeln ist total hilfreich und auch wichtig. Und bei Verschwörungstheorien ist ja auch so die Idee, irgendwie habe ich das Gefühl, mir wird hier nicht reiner Wein eingeschenkt. Ich verstehe hier eigentlich, also ich werde so ein bisschen veräppelt. Die eigentlichen Mechanismen hinter dem, was hier passiert, werden mir nicht mitgeteilt oder sind mir nicht erkenntlich. Und das kann ja als Demokratie, also als kritisches Moment in einer Demokratie erstmal gar nicht so falsch sein, dass man fragt, hier ist das wirklich alles so, wie mir vorgemacht wird? Gibt es nicht doch Korruption oder gibt es nicht doch irgendwie Medienberater, die den Politikern beibringen, was ganz anderes in der Pressekonferenz zu sagen, als sie eigentlich sagen wollten und so weiter. Und das heißt, Menschen können sozusagen an bestimmten spezifischen, also sie können sich im Recht fühlen, zu zweifeln an der Wirklichkeit, die ihnen durch die Medien oder durch die Politik oder so suggeriert wird. Aber es kann eben schnell zum Wahren werden oder zu einem Verschwörungsgebäude. Und da wird es dann irgendwann problematisch. Man kann natürlich, man fängt dann an, hinter der Realität eine echte Realität zu sehen zu sehen und diese Realität mit bestimmten Mechanismen funktioniert dann bestimmten Mechanismen. Beliebtes Beispiel ist dann, und das ist glaube ich auch immer noch der Klassiker bei Verschwörungstheorien, obwohl sie selten genannt werden, ist natürlich dann die jüdische Weltverschwörung, die irgendwie dahinter steht. Heute gibt es dann so Schlagworte nach der neuen Weltordnung und nach solchen Verschwörungstheorien und die sind, wenn man anguckt, wo sie herkommen und wie, was die Leute dann doch manchmal so nebenbei sagen, sind die dann doch antisemitisch häufig. Also dann kommt irgendwie doch, ja, an der Ostkusten Amerikaner und das meint Wohngebiete, in denen viele Juden wohnen, also, na, oder, ja, das internationale Finanzkapital ist auch so ein Schlagwort, was historisch klar mit Juden assoziiert war früher und was diese Verschwörungstheorien dann so mit sich herumtragen und irgendwann wird es halt abstrus. Also irgendwann verlieren die Leute auch den Kontakt zu ihrer Umwelt und zu ihrer Realität, weil sie hinterhinter irgendwelche wilden Mechanismen vermuten, dann kann es eben sein, dass der Autounfall, der mir heute morgen passiert ist, lanciert war, weil ich eben was weiß, was die anderen nicht wissen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese 9-11 oder so weiter, das ist ja irgendwie nur so eine Verschwörungstheorie, dass die so hält, weil so viele daran glauben. ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Gemeinschaftsmittel. Na klar, und es gibt dann, also, na klar, die werden geteilt, die sind oft schon, die bauen auf bestimmten Vorstellungen auf, die sehr viel älter sind, eben zum Beispiel antisemitisch sind, das heißt, man kann da auch auf so einem reichen Fundus schöpfen, wenn man Überzeugungsarbeit leisten möchte, und sie werden von den wildesten, also von den verschiedensten Vertretern der Gesellschaft auch vertreten, durchaus auch Leute, die zu Elite gehören und die dann Bücher schreiben, die man dann lesen kann. Und da kann man in der Tat sich sehr schnell in Gemeinschaft sehen. Und dann kann solche ähnlichen Mechanismen, wie wir sie vorhin besprochen haben, bei diesen Posts in den sozialen Medien, da kann man dann auch solche Wirksamkeitserfahrungen machen. Das heißt, wenn ich in den Raum hinein, also ich teile diese Ansicht, diese Weltverschwörung mit allen möglichen anderen Leuten und sie, und wenn ich jetzt was dazu poste oder so, dann teilen das noch wieder andere, das heißt, meine Meinung wird irgendwie auch richtig gefunden, offenkundig. Das heißt, es ist viel weniger abstrus, wie sie vielleicht erst mal sich anhört. Und insofern hat man neue Gründe, Bestätigung für das ganze, den ganzen Trugschluss zu suchen. Wenn man jetzt so weit erst mal ist und diese Verschwörung jetzt erst mal erkannt hat, dann ist eben der Autounfall auch keiner mehr. Oder dann ist halt keine Ahnung, wenn morgen die Regierung stürzt, ist es halt auch keiner. Also man kann dann immer weiter gehen in diese Richtung und es hat dann was Totales und die Welt verdüstert sich und man glaubt eigentlich nur noch daran, dass irgendein Teufel irgendwo die Schrippen zieht. Wenn das Problem ist, das ist ein bisschen an den Verschwörungstheorien, manchmal stellen sie sich als wahr heraus. Es gibt ja NSA und so weiter, es gibt ja wahrscheinlich in der ganzen Geschichte viele tatsächliche Verschwörungen. wir erleben in der deutschen Wirtschaft das Autokartelle, die haben sich verschworen, die deutschen Kunden, die europäischen, die weltweiten Kunden zu bescheißen. Also wie kann man dann dem entgegenkriegen? Ich weiß nicht, ob das Forschungsgegenstand ist bei dir, aber wir arbeiten natürlich zu solchen Verschwörungstheorien schon und ich jetzt persönlich habe da noch nicht so viel zu gemacht in den letzten Jahren, aber das ist ein Standardargument in der Antisemitismus, also ein Standardfall für die Antisemitismusforschung und das ist auch bis jetzt, bis heute immer noch sehr stark. Also die meisten Verschwörungstheoretiker auch in der Gegenwart kommen irgendwann mit Jugend. Irgendwann, also es würde mich überraschen, wenn es jetzt häufiger welche gibt, die nicht irgendwann auch antisemitisch sich äußern, aber sei es drum, natürlich, deswegen ist ja dieser grundlegende Zweifel, der in dieser Verschwörungstheorie steckt, manchmal ganz hilfreich, also sonst würde man ja nicht vielleicht darauf kommen, dass die Autobauer, dass es da solche Mechanismen gegeben hat. Insofern ist das Anzweifeln der Fakten und der Realität, die wir vor uns sehen, grundsätzlich ja kein negatives Moment. Das Problem ist, wenn die Leute nicht mehr merken, dass sie ihre innere Welt komplett über die äußere stülpen, also wenn, dass sie quasi, man nennt das falsche Projektion, das ist so eine Idee, dass sozusagen die Ängste oder die Befindlichkeiten, die ich im Inneren habe, werden quasi in der Welt gesehen und dann, wenn das passiert, dann baut man sich so ein Wahnbild zusammen und dann hängt eben alles miteinander zusammen. Wenn man jetzt ganz ruhig und sachlich versucht zu klären, wie das jetzt mit diesem Dieselskandal oder mit den Absprachen der Autobauern da war, da ging es ja nichts zu sagen. Aber ich, wenn man die Leute sieht, die diese oder wenn man sie beobachtet auf Facebook, die diese diesen Weltverschwörungstheorien anhängen, da steigern sich immer weiter ein. Und gerade jetzt im Moment habe ich auch beobachtet zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand untersucht hat, aber kenne ich eigentlich keine Studie hierzu, dass auch nicht wenige, die sehr stark zu Weltverschwörungen neigen, aus der Esoterikbewegung stammen. Und dass es da so Verbindungen gibt, die zumindest mal, was auf dieser emotionalen Ebene abläuft, ein bisschen erklärlich machen, finde ich. Aber das ist nur so ein Eindruck, den ich gewonnen habe, weil da so bestimmte Leute, wenn man sich anguckt, was auch in den Verlagen, der Kopfverlag, heißt der Kopfverlag zum Beispiel, wenn ich mir angucke, der scheint ein ganz abstruses Sammelsurium von Publikationen zu haben, der hat einmal sehr viele Weltverschwörungssachen und dann hat er diese ganze Esoterik-Kram. Und das ist gar nicht so absurd, also diese Verbindung ist gar nicht so absurd. Ich weiß weiß nicht, wie das zu erklären ist, aber die Leute, die offensichtlich an alle möglichen Strahlungen und irgendwelche Heilkräfte von Steinen oder so scheinen zu funktionieren, also das wäre meine, also wenn ich mir so ein Verlagsprogramm angucke, ist das der Eindruck, den ich gewinne. Das soll die Leute nicht diffamieren, aber es heißt, dass die sich möglicherweise schon relativ viele Geheimnisse aus ihrem Leben oder viele Sachen, die in ihrem Leben passieren, in die geheim sind sie alle möglichen Dinge, Mechanismen hinein, die da vielleicht nicht hingehören und dann wird es irgendwann politisch und dann sind es die Flüchtlinge oder dann ist es eine Weltverschwörung und so. Hast du eine Lieblingsverschwörungstheorie? Oder hast du mal eine spannende gefunden? Ich fange ja mal an. JFK. Der Mord der JFK. Da bin ich so, na, was ist da? Wer weiß, wer weiß. Da ist irgendwie nichts mit Weltverschwörung und so, aber das finde ich spannend. Ja, ja, es gibt schon natürlich, es gibt ein paar Beispiele, die jetzt den Zuschauern vielleicht nicht so viel sagen, aber so bestimmte Umstürze, Staatsumstürze, die in Südamerika stattgefunden haben, wo die, wo ich auch teilweise Leute kenne, die das erlebt haben in den 60er und 70er Jahren und die alle möglichen Verschwörungstheorien hatten, die sie damals für solche hielten, es waren dann keine zum Teil, also es war in der Tat das CIA gelegentlich oder so. Ich dachte, das CIA ist die Verschwörung. Ja, genau. Dann wiederum finde ich, ja, es ist sehr schwer für einen Rassismusforscher und Rechtsextremismus, da wechsle ich jetzt quasi die Seite, das ist eine Verschwörungstheorie, die ich, der ich mich selber schwer erwehren kann als Rechtsextremismus und auch jemand, ich habe ein bisschen was zu Rechtsterrorismus auch gemacht und habe mich mit dem gesamten Komplex des NSU, der NSU-Morde sehr relativ intensiv beschäftigt, war auch in München während das jetzt in dem Prozess gegen Frau Zschäpe und da nicht zu beginnen zu einer Verschwörungstheorie zu neigen, in der nicht nur die staatlichen oder die Verfassungsschutze Einrichtung des Staates irgendwie involviert waren, ja, das ist sehr schwer. Also NSU war offensichtlich umstellt von 20, 30 V-Leuten und die sollen nichts gewusst haben davon oder denen nie was gesagt haben und dann wurden diese Akten geschreddert und also es gibt nicht, es gibt so Dinge, wo man irgendwie denkt, oh, wenn ich, wenn ich diese Untersuchungsberichte lese oder so, da, da habe ich eine komplette Verschwörungstheorie im Kopf und wenn dann jetzt der Prozess auch noch dazu führt und auch die Untersuchungsausschüsse dazu führen, dass da nicht wirklich aufgearbeitet wird, dann sehe ich sie sogar bestätigt manchmal, aber ich versuche mich natürlich dagegen zu wehren. Als Wissenschaftler muss ich versuchen, mich an die Fakten zu halten, die ich habe. Es ist blöd, wenn wir nicht alle haben und wir ahnen, dass es noch mehr gibt, weil in den Untersuchungsberichten Akten geschwärzt waren, warum sind die geschwärzt, dann und das verläuft so im Sand, da habe ich dann eine Verschwörungstheorie manchmal. Das Gute ist ja, das hast du vorhin auch gesagt, Zweifel sind ja erst mal gut. Genau, also ich würde das auch erst mal, ich meine natürlich, wenn jetzt irgendjemand mit dem Chemtrails oder so kommt, dann ist das eben auch erst mal jetzt nachgewiesen, dass das Quatsch ist. Aber da sind wir wieder an dem Punkt vorhin, mit Fakten kannst du den Leuten ja auch nicht kommen. Na klar, na klar. Wahrscheinlich würde jetzt, wenn der Bundesanwalt, der das Verfahren in München gegen Frau Zschäpe beleitet jetzt hier im Raum wäre, der würde jetzt auch sagen zu mir, ja, ne, Fakt da, Fakt hier, da, das ist alles, ja, und ich würde es ihm trotzdem nicht glauben. Verstehst du, wir mögen unseren Wahn, wir sind auch immer ein bisschen, da ist schon viel, wir halten dran fest. Wir sind nicht so leicht zu überzeugen, gerade wenn wir einmal eine Wahrheit gefunden haben. aber trotzdem muss man sich natürlich zwingen, in gewisser Hinsicht, also ich zumindest in meinem Job muss das auch machen und ich kann eben dann auch nur das über den Terrorismus schreiben zum Beispiel, was ich eben als Fakt weiß. Ich kann Vermutungen äußern, muss ich aber klar kennzeichnen und wir müssen dann halt auch manchmal akzeptieren, dass vielleicht bei bestimmten Verschwörungen, die es wirklich gab, wir nichts von ihnen erfahren werden. Trotzdem glaube ich, dass man bestimmte haltlose Vorstellungswelten einfach dann kritisieren muss. Ja, und ich würde ja auch für meine NSU-Verschwörung, die ich dir jetzt gestanden habe, Gründe liefern können. Also ich würde sagen, hier, Aktenschredderung, warum? Ich würde sagen, da, warum wird das geschwärzt? Was war in Kassel bei dem einen Mord? Ist ja ein V-Mann im Nebenraum gewesen. Nee, nicht ein V-Mann, ein, Entschuldigung, ein Verfassungsschützler und der will davon nichts mitgekommen haben, dass vorne der Besitzer des Internetcafés, wo er gerade sich tätigen Seiten anguckt, Unterschied ist ein bisschen zum Beispiel zu 9-11, die äußern ja dann auch ihre Zweifel und den Turm und so weiter und so fort, aber sie kommen dann gleichzeitig mit einer Antwort, wie es dann wirklich gewesen ist. Das ist ja bei denen nicht. Genau, natürlich habe ich da auch so manchmal meine Vorstellungen darüber und natürlich gibt es dann auch Leute in der linken Szene, die sehr weitgehende Vorschwörungstheorien darüber haben, was bei den NSU-Morren alles passiert ist. Das würde ich nicht tun, das stimmt. Und diesen Sprung, der ist natürlich auch in der Tat entscheidend. Also die Frage ist ja das eine, dass ich sozusagen den Ablauf anzweifel, aber in der Tat die meisten Verschwörungstheoretiker rein fakten aneinander, um dann den Sprung in dieses Wahngebäude zu machen. und von daher ist das dann schnell oder ja, es ist ja, es sind ja auch immer bestimmte Mechanismen und auch immer bestimmte Themen, die dann wiederkommen. Insofern ist es dann irgendwann auch langweilig. Du hast gerade dieses interessante Wort Wahrheit gesagt. Ist das nicht auch ein aufgeladener Begriff heutzutage? Also spielt in Sachen Wahrheit spielen ja auch nicht unsere Gefühle eine Rolle? Ja, wir sprechen ja immer heute von gefühlter Wahrheit oder gefühltem Wetter oder gefühlten, also natürlich vermischen wir das häufig. Das ist natürlich eine schwierige Frage an uns Wissenschaftler, weil wir sie einerseits natürlich häufig wirklich auch vertreten und sagen, wir versuchen, wir sind es vielleicht nicht, wir glauben nicht im Besitz der Wahrheit zu sein, aber wir versuchen uns an ihr zu orientieren und die Dinge, mit denen wir arbeiten, so zu prüfen mit einem Ideal der Wahrheitsfindung. Aber natürlich wissen wir auch, dass Leute aus verschiedenen Erfahrungen aus verschiedenen Standpunkten heraus unterschiedliche Zugänge zur Wahrheit haben und vielleicht auch eine unterschiedliche Wahrheit finden. Also es ist schon gut möglich, wenn ich als nicht-jüdischer Antisemitismus-Forscher was zu Antisemitismus sage, dass sich das auch immer manchmal ein bisschen unterscheidet von einem, der als Jude schon Opfer eines solchen Angriffs war. Trotzdem glaube ich, dass wir, dass das Ziel immer darin sein muss, sozusagen verschiedene Positionen möglicherweise auch nebeneinander stehen zu machen, weil das vielleicht der Wahrheit näher kommt. Verstehst du? Also wenn verschiedene Leute Argumente liefern und Sichtweisen auf ein Phänomen, dann erkennen wir das Phänomen in der Gesamtschau vielleicht etwas besser als nur aus meiner eigenen Perspektive. Aber ja, ist ein schwieriges Thema, Wahrheitstheorien gibt es Tausende und so. Aber im Alltag sagen wir ja auch oft, aber das fühle ich jetzt so. Also das ist ja dann auch irgendwie ein Fakt und eine Wahrheit. Und da muss man damit umgehen. Also ich würde, wie gesagt, haben wir vorhin gesagt, man muss auch eben begründen können, warum man so fühlt. Auch das ist irgendwie sagbar, glaube ich. Ich habe zum Schluss nochmal ein paar kleine Nachfragen. In der heutigen Zeit von der Politik, also die in der Regierung sind, wird ja auch mal von unseren Werten gesprochen. Deutsche Werte, europäische Werte, transatlantische Werte, keine Ahnung, was es sonst noch gibt, sind das nicht auch so ein bisschen, stecken da nicht auch Gefühle drin? Weil wenn man dann fragt, wovon redest du denn? Und sie dann irgendwie sagen, ja hier. Also entweder können sie, wissen sie da mit gar nichts anzufangen, also dass sie das konkretisieren. Oder sie sagen dann irgendwie Demokratie und so weiter. Und da sagst du, Demokratie gibt es auch in Lateinamerika, in Australien ist also kein europäischer Wert. Nein, es gibt ja auch den uns dann doch sehr immer irritierenden Begriff irgendwie der christlich-jüdischen, der christlich-jüdischen europäischen Zivilisation oder so. Also der irritiert uns deshalb, weil man quasi von den gleichen Leuten, die das sagen, vorher, also waren die Juden meistens nicht in dem Begriff drin. Und es ist auch ein bisschen pervers, dass man, nachdem man sechs Millionen Juden umgebracht hat, sie dann quasi mit in die Wertegemeinschaft einschließt. Nicht, naja, ein bisschen zweifelhaft. Aber natürlich, Werte sind, sind, sind ja nicht nur sozusagen Vorstellungen, irgendwie Demokratie, Recht, Staat, auch Meinungsfreiheit oder so, sondern es sind auch natürlich Ich meine die Abgrenzung, also man grenzt sich ab von den anderen, den Barbaren, die keine Werte haben. Genau, häufig wird jetzt christlich-jüdisch ja auch gerne mal gesagt, um eben zu sagen, dass die Muslime nicht dabei sind. Klar, moralische Vorstellungen sind auch immer Gefühle, da sind immer ganz viele Gefühle mit drin. Du hast Gerechtigkeit, ist auch ein sehr gefühlter Wert, weil man eben gesagt, das ist zutiefst ungerecht so und das geht so nicht und also das merkt man schon, wie man sich echauffiert und wie man auch mit Emotionen bei der Sache ist. Und natürlich sind viele Sachen, die in unserem Grundgesetz drinstehen, Meinungsfreiheit, überhaupt Freiheit, auch bestimmte Schutzrechte, die sind auch gefühlte Zustände, die ich würde mir hoffen, dass wir sie auch manchmal mit sozusagen emotionaler Werf oder emotionalem Nachdruck verteidigen würden, weil sie eben unsere Grundordnung sind. Und ich da drin sozusagen den Kern der deutschen Nation oder des deutschen Staates sehe. Aber klar, man grenzt oft ab. Also Werte Diskussionen sind ganz schnell Diskussionen darüber, wer nicht dazugehört. Und das kann man gerade bei diesem christlich-jüdischen, man kann irgendwie nicht mehr sagen, dass die Juden nicht dazugehören, also kann man nicht mehr nur vom Christentum sprechen, also sagt man christlich-jüdisch, damit man, da ist man on the safe side irgendwie, denkt man. Und oft, wenn man dann nachfragt, kommt eben der Gegensatz zu den Muslimen, zum Islam. Zum Schluss wollte ich mal über Medien reden. Alle sollen ja dein Buch lesen, wir können es da mal reinhalten. Gibt es Leser, gibt es Rezensionen oder Medien, die dein Buch nicht verstanden haben? Oder missverstanden? Ja, es gab schon ein bisschen Debatten, einzelne Rezensionen wollten doch, konnten nicht so richtig nachvollziehen, dass ich versuche, zum Beispiel Emotionen für begründbar zu halten. Es gab Rezensionen, die stärker gesagt haben, nee, wir müssen in der Politik an dem Gebot der Vernunft und der Rationalität festhalten. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ich glaube, dass es uns im Moment in der Situation nicht weiterhilft. Aber da gab es solche Debatten gab es auf jeden Fall und es ist auch immer eine Debatte, die dann auch wieder kam, ja, was wollen wir jetzt damit alles machen? Also das weiß ich natürlich auch oft nicht. Ich kann ja als Wissenschaftler nur so bestimmtes Wissen zur Verfügung stellen und versuche in meinem Privatleben natürlich manchmal entsprechend zu handeln, kriege ich natürlich nicht immer hin oder meistens wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich ein Debattenbeitrag, wo die Leute dann gucken müssen, wie wir jetzt damit umgehen, dass wir alle diese Zornaufwallungen haben. Du bist ja jetzt kein Philosoph, der dann quasi seine Schlüsse draus sieht. Naja, ich, nee. Oder bist du Hobby-mäßig? Nee, das war mein zweites Fach, aber, ja. Aber, nee, ich würde ich auch gar nicht, es ist so eine Art Debattenbeitrag, wo man eben sagt, okay, das ist jetzt so eine Perspektive, guckt mal, ob ihr damit was anfangen könnt und vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Ich glaube, wir müssen einfach über Emotionen in der Politik ein bisschen mehr nachdenken. Und zum Schluss, gibt es Emotionen im Journalismus? Gibt es Zorn Journalismus? Oh, bestimmt. Zorn ist übrigens auch nicht immer nur eine negative Eigenschaft. Zorn kann ja auch total berechtigt sein in dem Moment, wo ich auf eine himmelschreiende Ungerechtigkeit aufmerksam machen möchte, die mir widerfahren ist oder Menschen, die mir nahe stehen. Da kann es schon sein, dass man Zorn auch in die Politik trägt, weil man auf einen Missstand hinweisen möchte. und insofern kann es auch manchmal guter Journalismus sein, der vielleicht überlegt, hier ist eine Gruppe, die wird immer benachteiligt und das sieht nie irgendwer und wir müssen jetzt mal diese Ungerechtigkeit, auch möglicherweise mit einem zornigen Text, nach vorne bringen oder klar machen. Also Journalisten sind ja auch nur Menschen, die müssen damit auch arbeiten. Aber hast du vielleicht mitbekommen, dass offenbar hat sich ja quasi so eine Art Zornpolitik etabliert oder der Zorn in der Bevölkerung ist offenbarer geworden, größer geworden. Ist das auch in den Medien der Fall? Ich glaube schon, dass das dann natürlich häufig manchmal ist dann so sehr stark die Gegenreaktion, dass sind die Nazis, also wie Gabriel damals vom PAC sprach und dann auch bestimmte Medienvertreter auch ihre Wut geäußert haben über diese Rassisten, die ich auch nachvollziehen kann. Aber ich glaube im Moment sind wir so ein bisschen über Stadien hinaus und fragen uns so ein bisschen, okay, was machen wir dann jetzt damit und wie arbeiten wir mit diesen gesellschaftlichen Gefühlen und wie können wir sie irgendwie ein bisschen einhegen wieder. Insofern im Moment ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für zornige Journalisten, also eher für so ein bisschen Beruhigende. Ufa, danke für deine Zeit. Eine Frage, eine persönliche Frage, woher kommt dein Name, dein Vorname? Mein Vorname ist sehr selten, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der den Namen hat. Ich komme aus der Region an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein und das ist ein historischer Name, den da aber auch keiner mehr kennt. Und es ist kein weiblicher Name. Wunderbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht? Hat das eine Bedeutung? Nee, nee, ist einfach ein König gewesen in der frühen Neuzeit. Nee, nee, nicht in der frühen Neuzeit, im frühen Mittelalter. Wenn er dann gelebt hat. Danke für deine Zeit. Gerne. Zornpolitik sehr lehenswert, ist gar nicht dick. Wie lange, wie viele Seiten? 120, 130 Seiten? Wie lange hast du für gebraucht? Ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes Jahr. Es schrieb sich schneller als manches andere. Könnt ihr in einem Tag lesen. Sehr zu überpfählen. Danke für deine Zeit, Ufa. Super. Danke schön. Ciao. 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 Ciao.